Engelsgesang von S.A. Urban Ich habe Angst, Martin. Seine Augen irrten durch den düsteren kleinen Raum. Sie tasteten über die rostbraunen Wände, an denen vergilbte Drucke mit gehirnten, mystischen Gestalten klebten und blieb an dem rohgezimmerten Holztisch hängen, auf dem ein antiker, silberner Kelch stand. Wir haben doch darüber geredet, beruhigte ihn sein Freund. Du weißt, dass es so nicht weitergehen kann und du willst das ändern, oder? Er nickte zustimmend. Du willst diesen ganzen Scheiß hinter dir lassen und dein neues Leben beginnen? Wieder nickte er. Doch dieses Mal war sein Nicken schon verhaltener. Du vertraust mir doch. Sein Blick suchte die Augen seines Freundes. Ja, sicher. Angst habe ich trotzdem. Komm, trink hier von was. Martin hielt ihm den silbernen Becher hin. Gehorsam legte er seine Lippen an das schwere Gefäß. Die bittere, leicht metallisch schmeckende Flüssigkeit bahnte sich ein Weg die Speiseröhre hinunter in seinen Magen, wo sie ein brennendes Gefühl hinterließ. Er hustete und unterdrückte ein Würgen. Fast augenblicklich spürte er, wie sich ein leichter Schleier über seine Umgebung legte und die Realität ein Stück in den Hintergrund rückte. Was ist denn das für ein scheußliches Gesöff? Er konnte ein Schütteln nicht unterdrücken. Es wird dir helfen, dich zu entspannen. Und jetzt zieh dich aus. Sein Freund nahm einen roten, schweren Seidenumhang von einem Bügel und legte ihn auf den Tisch. Selber griff er nach einem schwarzen Umhang, den er sich über die Schultern hing. Muss das sein? Ich meine, nackt. Unsicherheit und Angst waren wieder auf seinem Gesicht erschienen und ließen ihn noch jünger aussehen. Sein Freund zuckte mit der Achsel. Ich an deiner Stelle würde tun, was sie verlangen. Ja, wir können sonst gleich wieder gehen. Warum musst du dich nicht ausziehen? Weil es hier nicht um mich geht, erwiderte Martin mit so ernster Stimme, dass sein Gegenüber zusammenzuckte. Zögernd begann er, ein Kleidungsstück nach dem anderen vor sich auf den Tisch zu legen. Als er sich Schutz suchend die Arme um den sehnigen Oberkörper schlang, legte sein Freund ihm den roten Stoff um die Schulter und zog ihn in eine Umarmung. Du schaffst das. Glaub an dich. Ich bin die ganze Zeit in deiner Nähe und lass dich nicht allein. Ich bin da, wenn du das Ritual beginnst. Und ich werde da sein, wenn du zurückkommst. Was meinst du damit? Werde ich weg sein? Darauf antwortete sein Freund nicht. Stattdessen strich er ihm mit einer behutsamen Geste die blonden Locken aus der Stirn. Alles wird gut. Beide zuckten zusammen, als jemand dreimal dumpf gegen die Tür schlug. Es ist soweit. Bitte, Martin, lass mich nicht los. Er hielt seinen Freund umfangen. Die Furcht ließ seine Stimme hohl klingen. Sacht drückte Martin ihn von sich weg. Es gibt kein Zurück mehr. Denk daran, du tust es für deine Zukunft. Und du tust es für uns. Ich liebe dich. Er zog ihm mit einer knappen Geste die Kapuze über das Haar und reichte ihm erneut den Kelch. Nein, er schüttelte den Kopf, während er die rote Flüssigkeit mit angeekeltem Gesicht betrachtete. Träge bewegte sie sich im Becher hin und her. Ich kriege das Zeug auf keinen Fall noch einmal runter. Du musst. Vorher können wir nicht beginnen. Er konnte sich der Aufforderung, die in Martins blauen Augen lag, nicht widersetzen. Seine Kraft reichte dafür nicht aus. In Ordnung. Für uns. Seine Hände griffen den Kelch und mit einem Zug stürzte er den Trank hinunter. Klirrend fiel der Becher um und rollte, eine zähe, rote Spur hinter sich herziehend über den Tisch. Das Schlimmste hast du schon geschafft, sagte Martin und strich seinem Freund über den gekrümmten Rücken. Wirgend bemühte sich dieser, seinen Mageninhalt bei sich zu behalten. Gut so, atme. Du darfst dich nicht wieder erbrechen. Ja, gleich wird es besser. Martin griff seinem Freund an den Schultern und half ihm beim Aufrichten. Das schöne, jemals glatte Gesicht war blass, von Schmerzen verzerrt und Schweiß überströmt. Bist du bereit? Einen Moment. Bitte erzähl mir noch einmal, warum ich das hier tue. Ich glaube, ich habe es gerade eben vergessen. Er wirkte so, kreidebleich, wie sein Gesicht war, als würde er gleich ohnmächtig werden. Nein, so sehr ich es mir auch wünsche. Du würdest es nie vergessen. Es wird dich immer wieder einholen. Wenn du das hier nicht durchziehst. Martin trat an die schwere Holztür. Als er sie öffnete, erfüllte sofort ein durchdringender Geruch nach verbrannten Kräutern den Raum. Sie sind soweit, flüsterte Martin und drückte seinen Freund nach einmal fest an sich. Geh. Aber was soll ich denn tun? Du wirst es wissen, sobald du den Raum betrittst. Unsicher taumelte er auf eine zweiflügliche Tür zu, die wie durch Zauberhand aufschwang. Träge, Nebelschwaden, die von glühenden Kohlebecken aufstiegen, beeinträchtigten die Sicht auf einen düsteren, nur von Kerzen beleuchteten großen Raum. Ihm war übel. Der Trank brannte in seinem Magen und wühlte sich einen schmerzhaften Weg durch seine Eingeweide. Mühsam setzte er einen nackten Fuß vor den anderen. Der Schleier, der die Wirklichkeit in den Hintergrund drängte, war dichter geworden. Er musste sich konzentrieren. Die Gegenstände um ihn schienen sich zu bewegen, so als beständen sie aus beweglichem, organischem Material. Verwirrt wischte er sich mit einer Hand über die Augen, während er langsam weiterlief. Etwa ein Dutzend Gestalten in schwarzen Umhängen standen wie Gespenster umher und wendeten ihm ihre bleichen, konturlosen Gesichter zu. Ein Gemurmel erhob sich, dessen Worte er nicht verstehen konnte. War es eine fremde Sprache? Oder konnte er nun auch sein Gehörsinn nicht mehr trauen? Sein Blick fiel auf die Mitte des Raumes, wo ein großer, mit schwarzem Samt bezogner Tisch stand. Das Murmeln der Anwesenden steigerte sich zu einem monotonen, einschläfernden Singsang. Benommen schüttelte er den Kopf. Die Nebelschwaden wirbelten um ihn herum und schienen sich noch zu verdichten. Seine Umgebung nahm er nur noch schemenhaft wahr. Einzig den riesigen Mann in der leuchtend roten Robe, der neben dem Tisch stand. Erkannte er noch. Dieser Mann strahlte eine Präsenz aus, die ihn anzog wie ein Magnet. Ein kleiner Teil in ihm begann zu schreien, wollte weg, sich umdrehen, davonrennen. Doch der weitaus größere Teil strebte auf die Mitte des Raumes zu. Er richtete seinen Blick auf die Augen des Mannes, die im Schatten der roten Kapuze verborgen waren. Schwarz und abgrundtief blickten sie ihm entgegen. Eine Hand erhob sich und winkte ihn zu sich heran. Er erkannte jedes Haar, das auf dem Handrücken spross, in überdurchschnittlicher Schärfe, während seine Umgebung aus seinem Sichtfeld verschwunden war. Ohne sein willentliches Zutun folgte sein Körper der Aufforderung dieses fremden Mannes, während er in der Schwärze dieser bodenlosen Augen versank. So dunkel und unendlich musste auch das Vergessen sein, das er hier zu finden gehofft hatte. Der Rauch, der seine Lungen füllte und in seinem Hals kratzte, hüllte ihn ein und ließ alles wie einen Traum erscheinen. Als der Mann seinen Umhang öffnete, stürzte er sich bedenkenlos in die dargebotene Umarmung. Er spürte noch, wie ihm sein eigener Umhang von der Schulter glitt. Doch es war ihm egal. Eine ungeheure Hitze, die von dem Mann aus zu gehen schien, versenkte ihn und verbrannte seine Furcht, die ihn gerade noch erfüllt hatte. Als eine dunkle, weiche Stimme ihm befahl, sich auf den Altar zu legen, folgte er der Anweisung ohne Zögern. Alle Sorgen, alle Ängste glitten von ihm ab. Vertrauensvoll gab er sich dem hin, was nun noch immer folgen würde. Kein Zweifel war mehr in ihm, denn alles war genau so, wie es sein sollte. Diese abgrundtiefen, allwissenden Augen tauchten über ihm auf, füllten seinen Geist aus, ließen keinen Raum mehr für störende Empfindungen. Sie verdrängten alles, was gewesen war. Seine Erinnerungen, seine Vergangenheit, seine Ängste und seine Zweifel. Einfach alles. Und es fühlte sich wahnsinnig gut an. Lieber Hörer, ich würde mich sehr freuen, wenn du mir ein Like oder einen Kommentar unter dieses Video schreibst, wie dir der Auszug aus meinem Roman gefallen hat. Gerne kannst du meinen Kanal abonnieren und die Glocke betätigen, damit du immer Bescheid bekommst, wenn wieder ein neues Kapitel freigeschaltet wird. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.